Hallo, ich bin Hexer von Maverick MK und heute erzähle ich euch etwas über die AED. Für was steht überhaupt AED oder was machen ihr eigentlich? Wenn ihr im Airsoft-Bereich tätig seid, werdet ihr früher oder später auf die AED, also die Kürzel treffen oder das Logo mal sehen. Die AED steht für Airsoft Initiative Deutschland und setzt sich für jeden einzelnen Airsoft-Spieler ein. Sie versuchen das Hobby in Deutschland zu etablieren und Politiker, Behörden wie auch Medien zu informieren und dabei Vorurteile aus der Welt zu schaffen. Sie geben aber auch Hilfestellungen und Tipps zu den Bereichen, sind aber dabei keine staatliche Organisation, kein Dachverband und unpolitisch. Es gibt sehr viele Informationen auf deren Homepage, da könnt ihr euch mal gerne informieren, was alles dahinter steckt, wie ihr sie unterstützen könnt und wie sie euch unterstützen. An dieser Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall bei der AED und ich bin euer Hexer von Maverick MK. Man trifft sich! Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.